Was war das denn? Warum macht diese Nazi-Schlange dich denn schon wieder so blöd an? Das ist nicht so wichtig. Weißt du, das ist genau der Typ Frau, wegen dem ich froh bin, keine Muslima zu sein. Ach, Herr Buchstab, das trifft sich gut. Ich wollte nachher zu Ihnen und zu Ihnen. Wegen der Beerdigung von... Syrien und Syrien und Syrien und Syrien.